Hi meine Lieben, willkommen in meiner Wohnung. Nein, es ist nicht die neue. Ich dachte, ich zeige euch mal die alte im aktuellen Zustand. Ja, ihr seht schon Chaos. Tatsächlich ist das der Fernsehkarton. Das ist das Einzige, was eigentlich noch hängt. Hört ihr das Hallen? Ich höre es. Gehen wir mal in die Küche. Cool. Ja, es ist im Prinzip alles leer. Also leer. Ist das leer? Ist leer. Es ist wirklich alles komplett ausgeräumt. Dafür stapelt sich jetzt meine gesamte Küche praktisch hier nicht bruchsicher verpackt. Ja, meine schöne Backsteinwand ist auch leer. Die Stühle hängen nicht mehr. Sogar meine Gardinen habe ich mit abgenommen. Habe ich dran gedacht. Ja, gehen wir doch ruhig weiter ins Bad. Hm, guck mal, meine Spiegel sind auch weg. Wusstet ihr, die das mal mit der Gabel super lösen kann? Mhm. Ja, hier kommt das große Hallen her. Ah! Ja, ist spitze. Also es ist nichts mehr da. Nicht mal so viel, dass du dich noch selbst im Spiegel ansehen könntest. Nö. Der Spiegel ist hier und bietet eine großartige Sicht auf Hinterteile. Spitze! Ja. Ähm, meine Waschmaschine steht hier noch. Wo ist denn da? Die wird dann auch mitgenommen. Ja, dass mein Flur tragisch ist, haben wir ja schon gesehen. Kommen wir zum wahren Wahnsinn. Fühlt sich noch jemand so unwohl wie ich? Ich meine, das ist... Ja, der Wandteppich hängt noch, weil hier steht so viel Zeug, ich komme nicht mehr ran. Ja, das ist die Realität. Fernseher hängt noch. Ähm, sieht man nicht jetzt irgendwie gerade schlechte Beleuchtung. Düm, 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 da. Sehr gut. Das Einzige, was tatsächlich auch noch steckt, ist mein Internet. Das lasse ich bis zur letzten Sekunde laufen. Da ist es. Das lasse ich bis zur letzten Sekunde laufen, weil, naja, jetzt habe ich halt bald keins mehr. Ansonsten haben wir hier der große Berg. Ich sehe es als persönliche Nemesis. Hier kommen wir ins Schlafzimmer. Der zweite gigantische Haufen, sieht man das überhaupt? Der zweite gigantische Haufen. Es ist, äh, es ist tragisch, ne? Mein Bett ist auch komplett abgezogen. Ähm, Gott, ich hoffe, die Wandfarbe, die neue ist gut. Ich habe es noch nicht gesehen, ne? Hier ist alles leer. Und ich meine wirklich leer, leer, alles leer. Die Bank ist leer. Der Nachttisch ist leer. Es ist alles leer. Hört ihr den Baulärm? Das ist großartig, ne? In circa zwei Stunden, glaube ich, kommen meine Umzugshelfer und, äh, ziehen mich um. Meine Pflanzen und ich haben es nötig. Wir sind beide inzwischen sehr unglücklich. Also nicht nur wir beide. Ich und meine zwölf Pflanzen sind inzwischen sehr unglücklich. Ähm, manche von denen lassen so ein bisschen den Kopf wecken, ne? Wir haben alle keinen Bock mehr auf die Scheiße. Ähm, ja. Die große Lawine, die regelmäßig umfällt. Toll. Ja, hier sind wir. Ähm, ich schicke euch ein Update. Wenn, wenn wir, wenn wir drüben sind, schätze ich mal, ne? Bye!